Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute fangen wir mit was Großen an bzw. wir machen einfach weiter da wo wir aufgehört haben und zwar mit Vererbung. Vererbung ist so ziemlich das A und O jeder objektorientierten Programmiersprache, so ziemlich, abgesehen von den Objekten vielleicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr hier zumindest den Grundgedanken versteht und vielleicht auch so ein bisschen die Idee kriegt, wann ihr das einsetzen solltet. Okay, jetzt ist ganz wichtig, dass ihr auch schon verstanden habt, wie diese Klassen so ungefähr funktionieren. Also vor allem dieses, ich habe eine Klasse, das ist quasi mein Blueprint und dann muss ich das Ganze instanzieren und erst dann kann ich die Funktionen dieser Klasse oder auch Methoden genannt, kann ich dann aufrufen. Das ist wichtig, dass ihr es verstanden habt. Wenn nicht, übt noch ein bisschen, das tut auf jeden Fall nicht weh. Üben ist sowieso ganz extrem wichtig. Und ja, wir machen jetzt richtig los mit der Vererbung. So, Vererbung, in unserem Fall würde das gut passen, wenn wir eine Klasse Tier haben. Denn jeder Hund ist ein Tier. Nicht umgekehrt, nicht jedes Tier ist ein Hund. Also ich kann natürlich auch eine Katze haben zum Beispiel. Aber jeder Hund ist auch logischerweise ein Tier. Ob ihr jetzt da ein Mensch als Unterklasse von Tier macht, bleibt euch überlassen. Aber Hunde sind definitiv Tiere, würde ich mal so behaupten. Gut, so und was ich jetzt in diese Klasse reinschreibe, bleibt eigentlich mir überlassen. Ich mache jetzt hier einfach mal folgendes. Ich werde mir hier eine Public-Methode schreiben, die mir nichts zurückgibt. Einfach eine Void. Und wie nennen wir sie? Wie macht das Tier? Ihr kennt es vielleicht. Ja, nein, ihr kennt es wahrscheinlich nicht. Egal. Wie macht das Tier? So. Und hier muss kein Parameter rein. Das heißt, wir müssen jetzt hier nicht übergeben. Ich habe hier eine Klasse Hund und der Hund macht Wuff. Ich muss jetzt hier nicht mit einer Milliarde irgendwelchen komischen If-Abfragen, die man eigentlich nicht möchte, hantieren. Sondern ich arbeite einfach mit der Eigenschaft, dass ich ja Klassen habe. So. Und erst mal kommt jetzt hier, wie macht das Tier? Kommt einfach mal C-Out. Ähm, kann ich da irgendwie so ein automatisches Ding? Hammer. Okay. Also, C-Out und dann nehmen wir uns einfach mal her. Ähm, das Tier kann Hallo sagen. Ohne Ö natürlich. Einfach mal auf Englisch Hello. Es ist ein sehr höfliches Tier. So. Ähm, diese Funktion kann ich jetzt logischerweise auf meinem Hund noch nicht aufrufen. Wenn ich jetzt hier einfach mal probieren würde, auf meinem Hund die Funktion aufzurufen, sähe dann ungefähr so aus. Ace hatten wir ihn genannt. Ace. Ähm, wie macht das Tier? So. Okay. Wir können es jetzt einfach mal ausprobieren. Und was passiert? Bam. Ich habe einen Fehler. Ja. Warum habe ich einen Fehler? Has no member named. Wie macht das Tier? Ja. Warum hat es diesen Member nicht? Naja, ich habe das Ding außerhalb meiner Klasse definiert und zwar in der Klasse Tier drin. So. Was ich jetzt aber mache ist, ich sage hier direkt in meiner Klasse Hund, jeder Hund ist ein Tier. Und jeder Hund ist ein Tier bedeutet, er hat auch diese Möglichkeit, die jedes Tier hat. Denn jedes Tier hat diese Möglichkeit. Ihr wisst ja, jedes Tier kann, also ich meine, jede Instanz dieser Klasse Tier kann diese Funktion bzw. Methode hier aufrufen. Und wenn ich jetzt sage, dass jeder Hund ein Tier ist, dann kann ich auch logischerweise diese Funktion hier aufrufen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich sage hier einfach mal Public. Zu diesen Access-Modifikatoren hier vorne dran werde ich nächstes Video machen. Ein eigenes Video nur dazu. Die sind ein bisschen komplizierter. Public Tier. Das ist eigentlich schon die ganze Magie. Ihr sagt jetzt mit diesem einen Doppelpunkt und diesen zwei Wörtern, dass jeder Hund ein Tier ist. Hier kann natürlich auch noch was ganz anderes stehen, aber in unserem Fall, wir haben nur zwei Klassen und die eine ist halt die andere. So. Und jetzt können wir diese Methode aufrufen, wenn ich mich nicht verschrieben hätte, weil ich cleverer Mensch mal wieder was anders programmiert habe, andere Sprache und da brauchte man kein Semikolon hinter der Klasse. Naja. Okay. So. Und jetzt sehen wir hier, unser Hund kann plötzlich Hello sagen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so sinnvoll, dass unser Hund Hello sagen kann und die Katze auch Hello sagt. Aber dazu werden wir noch kommen, warum das hier Sinn macht. Wichtig ist jetzt erstmal zu verstehen, was passiert ist. Wir sagen hier oben, ich mache es jetzt nochmal ganz langsam, weil es einfach extrem wichtig ist, deswegen so ausführlich dieses Mal. Und zwar, wir sagen hier oben, wir haben eine Klasse Tier und wir haben eine Klasse Hund. Und jeder Hund ist ein Tier. Achtung, andere Richtung gilt nicht. Nicht jedes Tier ist ein Hund, aber jeder Hund ist ein Tier. So. Und weil jeder Hund ein Tier ist, hat er auch alle Möglichkeiten, die ein Tier hat. Aber er hat noch mehr Möglichkeiten. Er kann nicht nur, wie macht das Tier, sondern er kann auch Get Name. Das heißt, mein Hund hat hier im Prinzip mehr Möglichkeiten als mein Tier, aber er hat zumindest auf jeden Fall, selbst wenn ich keine Ahnung habe, was in meiner Klasse Hund drin steht, wenn ich nur diese Zeile hier lese, dann weiß ich schon, mein Hund kann auf jeden Fall diese Funktion hier aufrufen. Das ist ganz wichtig. Andere Richtung gilt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mir hier ein Tier mache, mein Tier, das hat keinen Konstruktor. Und jetzt sage ich, Ace, wie macht das Tier? Hier. Dann, ähm, ja, dann sollte ich erstmal hier das Ganze vernünftig machen. So. Wenn ich das jetzt ausführe, dann kommt hier ein Hello raus. Das ist in Ordnung. Aber ich kann nicht auf meinem Tier die Funktion von einem Hund aufrufen. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht Ace. Keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein Cout und versuche den Namen zu holen. Das geht nicht. Wenn ich jetzt hier sage, Ace.getName, dann kriege ich hier Probleme, weil diese Funktion Name ist überhaupt nicht definiert. Das wäre nur andersrum möglich. Das heißt, ich müsste hier sagen, jedes Tier ist ein Hund. Dann hat jedes Tier auch die Möglichkeiten, die ein Hund hat. Sprich, es kann auch diese GetName-Funktion aufrufen. Aber es ist ja offensichtlich Schwachsinn, denn nicht jeder Hund ist, äh, nicht jedes Tier ist ein Hund. Aber andersrum gilt es. Das heißt, hier müsst ihr immer so ein bisschen die Logik einschalten. In welche Richtung ist denn das so? Und dann müsste ich hier eben sagen, okay, entweder ich habe ein Tier. Dann kann ich hier nicht drauf zugreifen, auf diese GetName-Funktion. Aber ich kann hier auch einfach sagen, ich habe einen Hund und der Hund heißt Ace. Und ich kann über Ace.getName wunderbar auf diese Name-Funktion zugreifen. Aber ich kann auch gleichzeitig hier oben diese Funktion Ace.wie macht das Tier aufrufen. Das ist das Coole. Ihr könnt hier quasi Abhängigkeiten einfach so ohne Probleme angeben. Das ist im Prinzip alles, was ihr zur Objektorientierung ganz dringend wissen müsst. So, ähm, jetzt haben wir hier aber nicht nur so einfach ein bisschen Objektorientierung, sondern wir haben so viele Möglichkeiten, damit wir können nämlich hier noch viel weiter gehen. Denn jeder Hund hat, oder jede, es gibt Hunderassen, sage ich jetzt mal. Und jede Hunderasse oder jeder Hund einer gewissen Hunderasse, zum Beispiel ein Dalmatiner, ist auch ein Hund. Also ihr seht, es wird spezifischer, wenn ich nach unten gehe. Vielleicht kann ich hier unten ausgeben, für ein Dalmatiner, ich habe Flecken oder sowas. Keine Ahnung, sowas könnte ich zum Beispiel machen. Ich kann hier quasi immer tiefer gehen, immer spezifischer werden und am Ende habe ich eine extrem genaue Darstellung von meinem Hund oder von meiner Unterart, von der Unterart vom Hund und so weiter und so fort. Das kann man extrem kompliziert aufziehen und in vielen Programmen ist es tatsächlich auch so kompliziert aufgezogen. Ich werde euch in den nächsten paar Videos dann noch zeigen, was ihr damit alles machen könnt. So etwas wie Methoden überschreiben oder Mehrfachvererbung und nächstes Video gibt es ein Spezialvideo nur hierzu, zu diesen Dingen. Okay, ich hoffe, das hat euch jetzt erstmal gefallen und ihr habt einigermaßen verstanden, was so ungefähr Objektorientierung soll und was ihr damit machen könnt. Gut, dann war es das von meiner Seite, oder Vererbung, nicht Objektorientierung, sorry. Dann war es das von meiner Seite erstmal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.